Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man in Word Zeilen nummerieren und auch beliebig formatieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir oben auf den Reiter Layout draufklicken. Anschließend können wir auf der linken Seite auch schon Zeilennummern erkennen, wo ich ebenfalls noch einmal draufgehe und dann einfach mal auf Fortlaufen klicke. Und schon können wir sehen, dass jetzt hier unsere Zeilen fortlaufend nummeriert sind. Wenn ich möchte, dass das Nummerieren bei meinem zweiten Absatz ebenfalls mit der Nummer 1 startet, dann muss ich mit sogenannten Abschnittswechseln arbeiten. Hierfür ebenfalls wieder bei Layout oben einmal auf Zeilennummern draufklicken und dann einmal auf jeden Abschnitt neu beginnen. Das ist der erste Schritt. Und anschließend muss ich in meinem ersten Absatz wirklich ganz hinten mit meiner Maus einfach mal draufklicken. Dann ebenfalls wieder bei Layout auf Umbrüche, Abschnittsumbrüche und Fortlaufen klicken. Dadurch wird jetzt nämlich ein Abschnittswechsel eingefügt. Das hier kann ich ganz einfach einmal noch entfernen. Und wir können auch schon sehen, dass der zweite Absatz ebenfalls wieder mit der Nummer 1 hier beginnt. Manchmal schaut es auch etwas unübersichtlich aus, wenn wirklich jede Zeile einzeln nummeriert ist. Und man möchte das vielleicht in Fünfer-Schritten zum Beispiel machen. Dafür muss man einfach mal wieder in den entsprechenden Absatz reinklicken, ebenfalls wieder auf Zeilennummern gehen. Dann können wir hier unten nämlich schon die Zeilennummerierungsoptionen sehen, wo ich ebenfalls draufklicke. Anschließend hier unten auf dem Button Zeilennummern und dann sehen wir nämlich auch schon hier einen Zählintervall. Diesen tue ich jetzt einfach mal auf 5 erhöhen. Hier kann ich übrigens auch noch etwas anders einstellen, wie zum Beispiel, dass ich nicht mit der 1, sondern mit der 0 beginnen möchte. Oder aber ich kann auch den Abstand von meiner Nummer zu dem Text hier verkleinern bzw. vergrößern. In meinem Fall passt es aber soweit, weswegen ich jetzt auf OK klicke. Noch einmal auf OK und schon können wir sehen, dass das Ganze in Fünfer-Schritten durchgeführt wird. Zum Schluss möchte ich noch kurz darauf eingehen, wie man die Nummern hier vorne jetzt noch richtig formatieren kann. Denn das Ganze ist wirklich nicht einfach und geht nur über sogenannte Formatvorlagen. Hierfür müssen wir nämlich auf den Reiter Start klicken. Anschließend sehen wir auf der rechten Seite auch schon unsere Formatvorlagen. Und rechts unten ist so ein kleiner Pfeil. Da klicke ich jetzt auch einfach mal mit der Maus drauf. Und dann können wir hier unten auch schon den Button mit dem A und den Haken erkennen, was jetzt nämlich die Formatvorlagen verwalten bedeutet. Da klicke ich ebenfalls wieder drauf. Dann haben wir hier eine lange Liste, wo ich einmal ganz nach unten scroll. Und wir sehen auch schon unsere Zeilennummern, welche ich jetzt anwählen kann. Anschließend muss ich noch auf Ändern draufklicken und wir sind auch schon im richtigen Bereich gelandet. Hier kann ich zum Beispiel eine andere Schriftart einstellen. Die Schriftgröße natürlich auch und auch dementsprechend noch eine Farbe. In meinem Fall schaut das natürlich nicht toll aus, aber als Beispiel reicht es auf jeden Fall. Ich bestätige noch mit OK, ebenfalls wieder mit OK. Und wir können auch sehen, dass wir hier jetzt die Zahlen vorne richtig formatiert haben. Und somit haben wir auch schon die Zeilen in Word richtig nummeriert. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.